ich konnte halt noch nicht mehr machen vom steinhaus oder ob ich versuche ja erst mal hier auszustellen du wirst sie denn viel zement 3 selbst ist kein problem kann hier herstellen elika und stein wieviel zement brauche ich denn wans ok da hat ja sonst nichts zu tun nö Also viel Blair-Gelüte. Jetzt bin ich ja in der Höhe da, aber die ist... ...weich schon drin, oder? Wenn kein Eisen mehr drin ist, dann ja. Die sind aber nicht für Kleine. Auch hier ist noch Eisen drin. Hm. Oh, wird mitgenommen. Richtig. Ach, das war noch mal Kode. In der Höhle war ich schon, bin ich der Meinung. Aber das ist nicht die... ...die ich da... ...gesehen. Ich hab ja mit dem Pferd. Das hier ist ja eine normal große. Geht das nicht? Mal weiter gucken. Geh doch da raus. Naja, aber ein bisschen Eisen mitgenommen. Wir sind böse. Ja, das ist doch schon mal viel wert. ...dass man esst, denn da so Sticks sind immer so scheiße schwer bekommen. Mhm. Für mich ist es, weißt du holst dann noch kleiner Spalten. Dann hast du es. Ja. Eigentlich schon, ne? Oder halt so wie ein Arkt, dass du dann halt mit der Picke beigehst, ne? Aber... Hier? Hier? Ich sehe nur von den, den halbhohen Bäumen und, äh, die die auf dem Boden legen. Und ein bisschen was, wenn du vom... äh, den Baum fährst, ne? Aber wirklich nur ein bisschen. Und dann bin ich hier lang. Dann war das ja der See. Da bin ich rechts. Ich weiß auch, der wird jetzt irgendwie gar kein Mühler eingezeichnet. Hm. 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 Ich bin doch nicht in jedem Camp gelandet, oder? Hm. 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 Weiten sie davon, wenn sie ihre vier Buchstaben dafür benutzen und das mal selbst machen. Hm. Ja. Doch bin ich der Lehrer. Ja, und? Interessiert mich ein Feuchten. Er kann auch Holz holen. Ja. Ohne Haufen? Dann müssen wir hier schon am fast fertigen Feuer... ...wur weiter saufen. Nee, 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 nee. Nee. Wofür kriegst du denn mit mir? Ja, so wie es ist. Hm, hm, hm. Dann müssen sie sich die Ohren waschen. Nee, die Füße, damit der Dreck nachrutscht. Da ist dann schon soweit alles fertig. Ich muss nur noch das... ...holz zum Verbrennen holen, weißt du? Hm. Kann man hier bitte schützen? Leider Feuer habe ich doch gut hingewiesen. What? Wir sind gerade erst hier eingekommen. Was soll denn der Scheiß? Ja, man schmückt sich halt mit fremden Lorbeeren. Ja, die ganze Klasse hat ihn eingekommen. Ich habe den Kopf geschüttelt. Hm. Also das ist der See auch nicht. Eine Frau auf der Suche nach einem See. Und nach Höhlen. Ach du, Mäuse melken. Das doch. In einer Region muss so nichts, die davon gibt. Also ich habe hier Silica. Ja, die bist ja wohl nicht bei uns. Bestimmt. Genau. Das ist etwas echt. Wie ist das jetzt der Vogelgezwitsits? Ja, das ist aus. Eine Frau am Schaufer. Ja, das ist wieder schön. Also das habe ich gesehen, die Frau von paralel ist. Ich habe eine Frau aus dem Möchigen nach den Sten. Das ist möglich. Das war ganz so gut. Was war sehr. Und ich habe eine Frau aus dem Möchigen. ich glaube ich habe eine wüste gefunden oder sowas ich brauche mich da aber nicht runter zu gehen da kommt man glaube ich vielleicht gibt es ja krokodile genau deswegen wollte ich da eigentlich nicht runter irgendwie noch mal ich muss mal gucken wo ich irgendwie anders in der wüste aber auch nicht wieder hoch jucken da komme ich auch nicht lang jetzt bin ich ganz runtergefahren jetzt ist es vorbei jetzt bin ich gleich gleich sehen man man klappt zusammen weil ich hatte nichts wichtiges dabei muss ein bisschen eisen aber ja stimmt meine spitzhacke und das alles habe ich noch aber ja gut dann müssen muss müssen wir die neuen machen ja es tut mir leid aber ich bin nicht wieder hoch bekommen ja ja er tut gerade irgendwas ja bin wieder da muss ich halt erst mal die es ist es ist einfach ist ich komme nicht hoch genau hast recht du bist ja hier zu hause ja hab halt nur kein die sachen nicht dabei aber naja das messer kann ich mir neu machen und so und nehme ich dann halt erst mal wieder die alten sachen zu reparieren braucht man tatsächlich ein reisen das ist einfach dann was war das dann für eine höhle die ich gefunden habe Oh, das Ding dreht sich dabei. Äh, cool. Hallo? Ich kenne mich ja nicht so aus, aber macht da wirklich auch Silizium-Zement? Ich habe schon mal Zement eingeblendet, aber ich meine halt den Grundstoff. Irgendwie ist mein Spiel jetzt total buggy. Wieso? Na guck mal. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Dann geh mal raus und wieder rein. Äh... Die Wüste ist bei O8 und du meinst, denke ich, die Höhle bei M9. Nee. Da war ja, äh, ein riesiger See, von wo ich runtergeguckt habe. Also ein Stein und dann war da ein großer See und da habe ich runtergeguckt und dann war die Höhle direkt am Wasser. Aber... Hier ist ja nur dieser eine See. Und ich wüsste jetzt nicht, welches das sonst gewesen sein soll. Bei M10. Von daher... Ich bin jetzt leider nicht hingeguckt oder so. Es ist ja nicht schlimm, aber... Und nicht gerade zum Duschen. Joach, komm! Na, lass ich auch hier bei... Ach! Und jetzt das scheiß Wetter an. Ach, gib mir doch eure scheiße Wetter an! strahlender sonnenschein anscheinend schlägt das da schnell um oh steam Nochmal. Ach ja, ach man. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ja. Ja, ich möchte das wirklich. Ich weiß genau, ins Spiel... Beitreten. Ah, okay. Ähm... Ich hab doch... Komm ich nicht mehr rein, pass auf. Ich bin wohl, wenn mein Englisch mich nicht täuscht, schon drin... noch drin. Okay. Das ist ja... Aber... Ne, bei mir bist du hier nicht drin. Das ist ja... hey hier steht doch nicht dass ich irgendwo drin bin also warum nicht rollt? selbst wenn ich hier remove, warum... da bist du halt bei mir nicht. ja, ich möchte dass das... so, play nö, geht nicht das ist ja blöd komm nicht mehr rein ich geh nochmal raus ja, der computer kann mich mal am Arsch lecken Mann, sturm jetzt die Leine, gehst mir voll auf die Nuss Hammer, du gehst mir auch auf die Nuss ok, jetzt sagt er mir, ich soll einen Charakter auswählen so, den da ne, ich muss erstmal warten jajaja settings? ne, settings ist ja so hm ja, please resume the prospekt bla 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 jaja da ist er wieder rein ne oh no nö, geht nicht das ist echt blöd das ist echt blöd ähm dort hm ich weiß nicht stille ich hatte ja auch nix ja, aber da liegst du ja, aber ich komm nicht rein ich kann dich nicht ziehen hm und da hinten brennt hat er glaub ich der blitz reingeschlagen ja hm jo jo der blöd der blöd der blöd will nicht mehr bei dir ne das spiel will irgendwie nicht keine ahnung das ist voll hart hart an den grenzen hm 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 jetzt hab ich so tut mir leid schatz er lässt mich einfach nicht rein ne es kann ja halt auch sein dass es bei mir ist dass, äh mein der, der Horst es nicht verstanden hat und dich irgendwie noch drinnen hat ja ich kann hier auch so nicht dazu Server Browser sehe ich auch nicht weiß nicht, wenn ich dich einlade mal eingeladen vielleicht klappt es dann ja jo dasselbe dasselbe hm mein englisch ist nicht gut aber da steht, dass ich da schon drinnen bin und dass ich mich erst ausloggen soll hm also wie gesagt, hier bist du gar nicht aufgelistet, ne? also das ist auch so ein Punkt finde den Fehler ne hast du genug? ja haben wir den neuen Schmelzer ja dann kann ich ja dann ist ja klein süß das Eisen dann benutzen, um unser Steinhaus ein bisschen weiter zu bauen das ist so bekloppt, dass du dafür so viel Eisen brauchst ach ist der putzig ich weiß nicht, wie er Stahl machen kann ey, Glas Glas! und da unten ist Stahl oder? Platin mhm Carbon Tier Tierblumen ja dann bestimmt wirklich am 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 mörser klein machen und äh dann ja aber ich hab am mörser sowas nicht ich guck mal im text ich kann ja jetzt in ruhe gucken ach doch da 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 Iron und so wie ich ja gesagt habe Eisen und und Kohle zusammen und dann naja ist das sehr schick das heißt aber auch endlich ich kann diese verkackte Lampe bauen wir können Stahlsachen machen Mann Stahl äh Axt Stahl und so ne naja gut dann machen wir jetzt nämlich einfach hier Feierabend ja bleibt uns ja fast nichts anderes übrig nö weil jetzt dann bei mir beenden Neustadt und etc. dauert dann zu lange ja von daher machen wir jetzt Feierabend und ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal.